Wenn aus einem Macho ein Weichei wird. Die Nerven blank liegen. Und ein gewöhnlicher Kirmesbesuch zur absoluten Mutprobe wird. Dann heißt es herzlich willkommen und Vorhang auf für mein erstes Mal mit Jan Laik. Ja, richtig gehört. Das erste Mal. Kaum zu glauben aber war, der als Macho bekannte Ex-Berlin-Tag-und-Nacht-Star und DJ Jan hat noch nie einen Fuß in ein Fahrgeschäft gesetzt. Aus einem bestimmten Grund. Ich hab Höhenangst. Ich hab ja auch Flugangst. Grund genug, den 28-jährigen Hafensänger zusammen mit seiner guten Freundin Eva auf das Schützenfest in Hannover zu begleiten. Sollte ja für einen gestandenen Kerl wie Jan kein Problem sein. Sich seinem ersten Mal zu stellen, oder? Also diese Macho-Geschichte. Ich meine, klar, mit mir kann man Kriege gewinnen. Ganz klar. Ja, na klar. Aber ich halte auch nicht freiwillig einen Finger in die Kerze. Das ist ja einfach, das tut weh und das ist auch wirklich sehr gefährlich, meiner Meinung nach. Jetzt stell dich nicht so an. Augen zu und durch. Schließlich hast du ja auch noch Eva an deiner Seite zum Händchenhalten. Und die scheint schon zu ahnen, was auf sie zukommt. Ja, also der Jan ist natürlich ein Macho, ist aber auf der anderen Seite auch eine kleine Drama-Queen. Ich kann dich übrigens hören, ich sitze hinter dir. Nur so nebenher. Also, ich meine, aber erzähl ruhig. Ja, aber ich liege, glaube ich, nicht falsch mit dem, was ich sage. Also Jan wird heute so ein bisschen, ähm... Also ich glaube ihm wirklich in der Tat, dass er ein bisschen Angst hat, aber er wird sich auch so ein bisschen in seinem Drama baden. Da bin ich überzeugt von, ja. Genug gequatscht, los jetzt. Und da wir ja nicht ganz gemein sind, fangen wir harmlos an. Tada, Runde 1, das Riesenrad. Und schon das scheint nicht auf Begeisterung zu stoßen. Und du erst Jan. Ganze 2 Runden, wow. Ein 3-Jähriger hätte es nicht besser hinbekommen. Und nur so nebenbei erwähnt, es kann nur noch schlimmer werden. Ringfrei für Runde 2, die Teststrecke. Das machen wir jetzt nicht wirklich, oder? Oh doch, Freundchen. Schließlich sind wir hier zum Vergnügen und nicht zum Eisessen. Alter, was? Warum schreien die so? Oh, komm, ey. Weil ich Spaß habe. Das ist ein Ausdruck der Freude, Jan. Ich freue mich tierisch. Und wie erst. Schließlich ist es Jans erstes Mal in einer Achterbahn. Und das mit Höhenangst. Und, meine Damen und Herren, wenn Sie miterleben wollen, wie aus einem gestandenen Mann ein kleines Mädchen wird, dann gut aufgepasst. Das Riesenrad war mega. Mega war das Riesenrad. Wirklich. Voll geil. Lass uns nochmal Riesenrad fahren. Das können wir gleich gerne machen. Wenn du das hier überstanden hast, dann fahren wir nochmal Riesenrad, okay? Super Deal, oder? Ja, ich hab so Schleppabung. Kreislauf. So, jetzt sind wir gleich oben. Und los. Jetzt sind wir nicht, Alter! Wurzeln, wurzeln! Ich sterbe! Ich hab Teile meiner Knie-Scheibe am höchsten Punkt verloren, ich hab ganz weiche Knie. Ach Jan, was war daran jetzt schlimm? Was daran schlimm war, das hat man noch gesehen, oder? Ich fühl mich total beschissen, ich will nach Hause. So schnell nicht, mein Lieber, denn jetzt geht es erst richtig los. Tata, der krönende Abschluss, Runde 3 der Turboforce. Jetzt mal ganz im Ernst, da willst du jetzt mit ihm rein. Das toppt die Achterbahn von gerade auf jeden Fall noch. Im Leben nicht. Dann lass uns bitte vorher noch mal in irgendeine Drogerie. Das klang anfangs aber noch ganz anders. Mit mir kann man Kriege gewinnen. Ja, von Macho zur Dramaqueen in nur 30 Minuten. 100 kmh. 100 kmh. Ja, maximal. In 4000 Kilometern Höhe. Genau, mindestens. Du hast da einen Dachschaden. Ich will das nicht machen, echt nicht. Jetzt hab ich echt Schiss. Zur Erinnerung. Jan macht das freiwillig, trotz Höhenangst. Wo kann man sich hier noch festhalten? Wow! Das ist schon Scheiße! Verdammt, Scheiße ist das schon! Jetzt schon? Ja, Mann! Ich hab ne Panikattacke! Wow! Verdammt, der riesige Scheiße ist das! Oh ja, wer jetzt dachte, die Teststrecke hätte Jan schon an seine Grenzen gebracht. Fehlanzeige. Oh! 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 Pause! Pause! Na klar, find ich doch gerne. Aber jetzt kann's auch wieder weitergehen, oder? Nein, 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 nein! Ja gut, aber runter geht's halt nur. One way, Jan. Und los! Oh! Oh! Krant! Oh! 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 Gleich hast Du's überlebt und so schlimm war's doch jetzt gar nicht, oder? Das ist krank. Das ist mit Abstand, mit weitem Abstand das Abartigste, was ich je gemacht habe. Noch ne Runde? Ist das ne ernstgemeinte Frage, ob ich nochmal fahren will? Ach ja, gut, scheinbar nicht. Aber jetzt mal Hand aufs Herz. Wie hast du dein erstes Mal empfunden? Ich bin ja an und für sich war ich ja relativ tiefenentpannt. Total. Ein Bildung ist ja bekanntlich auch eine Bildung und Jan stolz es geschafft zu haben. Ja, also klar bin ich stolz auf mich. Ich meine, die Steigerung war sensationell eigentlich. Also ich meine, ein Riesenrad ist ja wirklich gefährlich, wie wir festgestellt haben. Ja, lebensgefährlich. Aber das Ding jetzt zum Schluss, ich meine, da wäre jetzt nicht jeder eingeschrieben, oder? Und ich habe das ja ohne... Ohne mit der Wimpern zu zucken, hast du das gemacht? Also letztendlich schon. Ich habe vielleicht ein, zwei Bedenken geäußert, aber das war jetzt auch nur rein strategisch. Na klar, mit festem Boden unter den Füßen lässt sich's plötzlich leicht plaudern. Aber eines steht fest, trotz Höhenangst hast du dich wirklich tapfer geschlagen. Und bei keinem macht es mehr Spaß, ihn bei seinem ersten Mal zu begleiten wie bei dir.